Ein Mann, Sie merken die Unruhe bereits, weil er da drüben auf der Gegengeraden bereits steht. Ein Mann, den man ganz einfach kennt, mit einem ungeheuren Temperament. Ein Mann, der ein Vollprofi ist, den Sie zu Hause gerne haben und Sie auf der Bühne ungeheuer oft gesehen haben. Er hat ein Temperament, das ist fabelhaft. Wir alle lieben ihn genauso wie Sie. Damals im Jahre 69 war auch er bei der ersten Hitparade dabei mit dem Titel Wähle 333, hier ist Graham Bonny! Wähle 333 auf dem Telefon, wähle 333 und du hast mich schon. Wähle 333 und dann glaube mir, ich bin 1, 2, 3 schon bei dir. Wähle 333 und du hast mich schon. Wähle 333 und dann glaube mir, ich bin 1, 2, 3 schon bei dir. Wähle 333 und dann glaube mir, ich bin 1, 2, 3 schon bei dir. Wähle 333 und dann glaube mir, ich bin 1, 2, 3 schon bei dir. Wähle 333 und dann glaube mir, ich bin 1, 2, 3 schon bei dir. Wähle 333 und dann glaube mir, ich bin 1, 2, 3 schon bei dir.